So, mein Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute spielen wir immer eine weitere Runde. Bäh. So, und zwar können wir auch eine Wettbewerb spielen, irgendwas schnelles. Es ist schnell. Solo, nein. So eine sexy, sexy, fünfer Runde. Ja. Toll, Alter, Brot. Ich bin mal wieder auch. So, blau sei nicht allein. Ich bin daheim. Hallo, Freund. Wie sieht's bei blau aus? Toll, Mann. Also, wie gesagt, 3 Runde ist scheiße. Und bei der Meinung bleibe ich bleibe ich auch. So, also, was könnte man jetzt so für Themen anschlagen, die gut wären? ja, ja. Ich würde mich echt freuen, wenn ihr mal auf mein... Hilfe. Wir haben es bald geschafft. Wir haben es bald geschafft. Wir bauen uns erst mal kurz... äh, wie heißt das Geld? weil... weil... wahrscheinlich... da ist blau, okay. Ähm, wir sind blau. Rot hat sich hochgebaut. Da ist noch ein bisschen was ich brauche. Da wird gerade gekloppt. Wir bleiben hier bei unserem Teampartner. Genau, da ist rot. Das ist halt scheiße, wenn man nur zu zweit ist ganz eins. Du Idiot. Du Idiot. So. So. Wie wird denn angeballert? Spanner! Yo! Yes! Treffer! Verbiest euch! Verbiest euch! Die Hosen kommen! Verbiest dich! Oh, Leute, man! Diese beschissenen Schafe, man! Jölfe! Jölfe! Ah! Verbiest euch doch mal jetzt! Treffer, 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 Treffer! Gar nicht gemerkt! Ups! Eisenschwert, du Wichser, Alter! Buh! Trotzdem GG, nur für die Coins! Gut! Also, Leute, lasst ein Like da! Ich hoffe, es hat euch gefallen! Und dann sagen Tschüss! Und bis zum nächsten Mal! Du 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 Du